Man sagt immer so, oh ja, ähm, das würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Nein, das, ich, ich, ich sage das zwar auch eigentlich immer nur so, aber wenn ich ein Like bekomme, ich, ich, ich freue, das ist Freude pur für mich. Und das ist einfach nur hammergeil, dass es Leute gibt, die es mögen, meine Videos zu gucken. Und dafür wollte ich mich einfach nur nochmal bedanken. Ich werde bald ein Abo-Special machen, ja. Ich werde ein 400-Abo-Sendenten-Special machen, wenn ich natürlich die erst geknackt habe. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Und ich werde, ähm... Jo, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, ja, einfach mal Minecraft-Spielverfehle auf Timolia, denn ich habe ein bisschen was anzusprechen. Und zwar, ähm, habe ich schon richtig lange kein Infovideo gemacht und ich finde, das braucht man auch manchmal mal auf dem Kanal, dass ich mal so eine kleine Rückmeldung gebe, keine Ahnung. Und ja, Leute, ähm, solange ich, wenn ich gleich mal kurz nicht im Kampf bin, werde ich dann auch ein bisschen was drüber reden. Ich habe nämlich gerade ein paar FPS-Drops und, ja, Leute, ähm, ich möchte nämlich heute einmal was ansprechen. Und zwar, ja, was heißt eine Sache ansprechen? Und zwar, es geht, äh, ich habe nämlich jetzt wirklich vergessen, muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, dieses mit den Intros zu machen. Im Chat stehen. Aber ich würde, äh, jetzt auf jeden Fall das machen. Ich bin jetzt gleich down jetzt. Ähm, das mit den, mit den Intros würde ich auf jeden Fall noch machen. Und, ja, das war das Erste. Das Zweite ist, ähm, ein ganz, ganz, äh, ein ganz kurzes Thema. Und zwar wollte ich mich einfach nur nochmal bedanken dafür, dass ihr, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich von der Schule komme und dann sehe, oh, geil, ähm, noch ein, äh, wenn ich dann jedes Mal aktualisiere und dann wieder sehe, jetzt habe ich wieder ein Abonnent mehr. Und das ist einfach so Hammer von euch. Und ich freue, äh, ihr wisst gar nicht, wie, wie, wie heftig ich mich da immer drüber freue. Und das ist ein, so ein krasses Gefühl, wenn man weiß, dass es Leute gibt, die deine Videos schauen und es auch Spaß macht, deine Videos zu schauen. Und, ja, sorry, dass ich gerade ein bisschen verkacke. Ich bin halt gerade ein bisschen konzentriert. Ähm, und, ja, Leute, auf jeden Fall, ähm, das wollte ich einfach nur mal sagen. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ein Like bekomme, man sagt immer so, oh, ja, ähm, das würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Nein, das, ich, 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 ich sage das zwar auch eigentlich immer nur so, aber, wenn ich ein Like bekomme, ich, ich, ich freue, das ist Freude pur für mich. Und das ist einfach nur Hammer geil, dass es Leute gibt, die es mögen, meine Videos zu gucken. Und dafür wollte ich mich einfach nur nochmal bedanken. Und, ja, das ist einfach ultra krass, dass ihr, ähm, das so geil supportet. Und, ja, Leute, ähm, das war das eine. Und jetzt, oh, die Map kenne ich noch gar nicht. Und jetzt, ähm, kommt noch ein anderes Thema. Und zwar habe ich gesagt, ich werde bald ein Abo-Special machen, ja. Ich werde ein 400-Abo-Sendenten-Special machen, wenn ich natürlich die erst geknackt habe. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Und ich werde, ähm, dann ein, entweder, also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder will ich auf Gomme Premium verlosen. Oder, ähm, ich werde halt auch eine 10-Euro-Paysafe-Karte verlosen. Oder, das ist jetzt die dritte Möglichkeit. Ich werde, ähm, einen Minecraft-Account verlosen. Der, äh, wenn ich das aber mache, muss ich das ein bisschen anders machen als normal. Wie erkläre ich euch auch nachher. Und, das ist es eigentlich auch gewesen. Und heute, da kommt natürlich auch noch, äh, vielleicht noch ein anderes Video. Anstatt dieses Infovideo. Aber, ähm, erstmal wollte ich auch mal wieder ein Infovideo bringen. Weil das habe ich einfach so lange nicht mehr gemacht. Und es gibt auch eine Seite von mir, die relativ ernst sein kann. Und nicht, äh, nur dieses Video, das ihr in den Videos von mir kennt, dass ich der total verrückte Spasti bin. Ähm, und ja, Leute. Ich finde es einfach nur krass. Und ich freue mich einfach über jeden Abonnenten und über jeden Like. Also, für euch ist es nur ein Klick. Aber für mich ist es einfach der Hammer, wenn ich sehe, ähm, dass ich da mal wieder ein neues Like drauf habe. Oder so. Das ist einfach die beste Rückmeldung. Und auch Kommentare. Da war ich früher ziemlich unzufrieden mit, dass hier keine Kommentare geschrieben wurden. Jetzt schreibt ihr wirklich Kommentare wie die Weltmeister. Und es ist einfach supergeil. Und ich bin einfach ultra zufrieden. Und werde das so lange weitermachen, wie ich nur kann. Und, ähm, wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es auch nicht tun. Und es ist einfach der Hammer. Ja, das ist einfach der Hammer. Okay. Ähm, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen auf das Gameplay konzentrieren. Du. Oh, kleines Arschgesicht. So. Ich möchte mich nicht mehr so verlieren wie gerade. Das war nämlich schon ziemlich bitter. So, viel Spaß damit. So, der ist jetzt erstmal vergiftet. Der Gude. Der Gude Justin27. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Er hatte auch nur ein halbes Herz. Na gut. Ähm, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und dann kann man nicht so gut, ähm, PvP spielen. Und ich wollte eigentlich einfach nur nochmal bedanken. Und einfach mal Danke sagen für das. Für euch ist es jetzt keine große Arbeit. Aber für mich ist es einfach nur der Hammer, wenn ich einfach sowas bekomme. Und ich finde, man sollte sich auch mal bei seiner Community bedanken. dafür, was sie tun. Und es ist ja nicht selbstverständlich, Leute. Eine Granate. Oh, der hat sein Kit aber mit... Sein Kit schön... Hier, wie heißt der? Beschrieben. Und, ähm, ja... Ich werde das Community-Video aus einem... All das Community-Server-Video aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich nicht hochladen. Äh, und zwar sind dort Personen drin, die jetzt im Moment gerade nicht auf der Top-Liste meiner Leute sind. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt so erklären soll, ohne dass jetzt... Also, es ist etwas passiert auf dem Server und dafür sind auch ein... Ist auch ein Bun vergeben worden. Und diese Person, die das dann halt bekommen hat, ist halt in diesem Video drin. Und ich finde, alleine dafür, dass ich das, äh, ich ihn einfach nicht so gerne solche Leute in meinen Videos haben will, ähm... Ist es einfach unfair, auch für andere Leute, die dann es einfach viel mehr verdient haben, in die Top-Scores zu kommen. Oder viel mehr verdient haben, in die Videos zu kommen. Und das ist einfach so. Und, Leute, äh, ich sag's eigentlich fast immer, wie, äh, der Intro-Contest endet in drei Tagen, Leute. Und es sind noch ein paar Leute, die mir was einsenden wollen. Also, gib de Gas! Aber natürlich, äh, ihr solltet jetzt nicht irgendwas hinklatschen, ne? Aber, ich meine, drei Tage sind ja auch noch genug Zeit. Oh, yeah! Ich hab das erste Mal wieder mal gewonnen. Yeah! Okay, dann, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal eine positive Wertung da und ciao!